Du schaltest dein Radio ein und erkennst HR3 sofort an der Abwechslung. Hier gibt's echte Abwechslung, immer neu gemixt. Ich schalte HR3 ein und bekomme Top-Laune. Deine Hits im Lieblings-Mix. Das ist HR3. Und jetzt echte Abwechslung. Also ich muss mal sagen, die Abwechslung gefällt mir total gut. Deine Hits im Lieblings-Mix. So klingt nur HR3. Deine Hits im Lieblings-Mix. HR3. Deine Hits im Lieblings-Mix. Ja, also HR3 ist wirklich immer gut gemixt. Da geht mein Herz auf und da wird alles geboten. Hier bekommst du deine Hits im Lieblings-Mix. Jetzt am Abend. Und morgen früh auf wieder. Auch wieder. Das ist echte Abwechslung. HR3. 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 Zuhause in Hessen. Jetzt alles, was wichtig ist von unserem Nachrichtenteam und den HR3-Reportern. Es ist 17 Uhr. Das News-Update am Nachmittag. Ich bin Marco Schleicher. Guten Tag. Und jetzt echte Abwechslung. Deine Hits im Lieblings-Mix. HR3. HR3. Deine Hits im Lieblings-Mix. HR3. Oh, yeah. Deine Hits im Lieblings-Mix. Oh, yeah. HR3. Deine Hits im Lieblings-Mix. HR3. Die Sicherheitsvorkehrungen sind abgeschlossen. Kameras installiert. HR3. Der Tresor. Also, wir sind startklar. Jetzt wird nochmal schön durchgewischt und dann kann's losgehen. Am Montag gehen wir das erste Mal wieder gemeinsam an den wohl sichersten Ort Hessens. Der Tresor. 100 Schließfächer gefüllt mit Mega-Gewinnen. Autos, Reisen, Bargeld und noch viel mehr. HR3. Der Tresor. HR3. Irgendwo in Hessen klingelt jetzt ein Telefon. Vielleicht ist es deins. Denn du triffst jetzt die Hit-Entscheidung. HR3. 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 Our love is alive. Who is leaving? Our hearts on the table. Stumbling it. HR3. Und jetzt echte Abwechslung. HR3. Catch me or go with me. HR3. Yeah. HR3. Ich hoffe, ihr habt ein entspanntes Wochenende, ein sonniges und ein schönes letztes offizielles meteorologische Sommerwochenende haben wir auf jeden Fall. Wir haben jetzt schon 23, 24 Grad in Nordhessen, 28, 29 Grad in Südhessen und überall zu Hause in Hessen ganz viel Sonne und keine Wolke in Sicht. So bleibt es heute. Auch morgen wieder schönes, warmes Wetter. Heute bekommen wir bis 32 Grad. Morgen vielleicht nicht ganz so viel Sonne, zwischendurch auch mal eine Wolke. Aber auf jeden Fall verbuchen wir das Wochenende und der Sommer. Damit ihr gut ankommt, jetzt das Neueste aus dem H3-Verkehrszentrum. A66 Fulda Frankfurt. Die Abfahrtgründer Rotenbergen. Hier haben wir Behinderungen wegen Bergensarbeiten. Bei HR3 geht's um dich. Hier laufen deine Hits im Lieblingsmix. Ob das jetzt ganz aktuell ist, ob das Sachen sind, die älter schon sind. Ich find die Abwechslung total super. Jeden Tag, den ganzen Tag. Das ist echte Abwechslung. Das ist HR3. Zwischen Feldberg und Kinzig-Stausee. Vom Ried bis in die Wetterau. Die HR3-Reporter für Rhein-Main. HR3 aktuell. Das bewegt Hessen heute. Das Tagesthema. Immer um 17.40 Uhr. HR3. HR3.